Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Dass die Posten die Lust auf einen Kaffee, einen 9 oder einen 4 steigert oder sogar den Hunger auf ein schön angerichtetes Menü weckt, das ist nichts Neues. Die naheliegendste Antwort heisst in dem Fall Go-Prestaurant. Fast überall finden Sie ein Go-Prestaurant und sogar in der eleganten Bahnhofstrasse im Zentrum des wunderschönen Zürich haben Sie die Gelegenheit, sich preisgünstig und abwechslungsreich zu pflegen. Kommen Sie doch einfach mit und überzeugen Sie sich selber. Die Rolltreppe bringt uns bequem in den dritten Stock, wo das gemütliche Restaurant und die modern eingerichtete Küche ist. Neben den Spezialitäten à la carte wird hier auch der beliebte Menü heute der Woche. Zubereitet. Jetzt gerade ist das ein Pastetli, Pommes frites und Erbsli und kostet das alles nur 7.90. Inklusive Mehrwertsteuer. Etwas, was man nicht einmal zu Hause könnte, günstiger auf den Tisch bringen. Guten! Wer kein fertiges Menü will, ist sein eigener Küchenchef und kann sich das Essen selber zusammenstellen. Unter zwölf Sorten Gemüse, acht Sorten Fleisch und fünf Beilagen findet auch der verwönte Gast für sich etwas Passendes oder kann bei den Salat, den beleidigen Brötchen oder den Dessert nach Herzenslust schwelgen. Und das ist neu im Coop Restaurant. Coop-Klassiker in feinster Klassico-Qualität. Fünf verschiedene Glace-Coop stehen zur Verfügung, eine lustiger als die andere. Coop Dänemark, Coop Caramel, Pêche Melba, Coop Maison und Coop Iscafé. Dank einem Deckel, der mit einfachem Handgriff zum Fuss wird, haben Sie übrigens auch in der Selbstbedienung Gewähr für optimale Frische und Warenschutz. Soviel von unserem Besuch im Coop Restaurant St. Annenhof in Zürich. Die gleichen Angebote machen Ihnen aber die 119 weiteren Coop-Restaurants in der ganzen Schweiz, sei das in Iverdon, Zug oder Bellinzona. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von unserem Restaurant freuen sich auf Ihren Besuch. Sich bei jemandem auf sympathische Art bedanken, nichts Einfaches als das, seit es Merci gibt. Du bist der hellste Punkt an meinem Horizont. Du bist der Wirbelsturm in meinem Wasserglas. Du bist das Rettungsboot auf meinem Ozean. Die Auswahl feinster Merci-Schokoladen. Merci, dass es dich gibt. Unzufrieden mit Ihrem Espresso-Schäumli. Schauen Sie sich diese von Mastro Lorenzo an. Espresso Mastro Lorenzo. Jakobs Mastro Lorenzo. Um ein Scheuchen frischer. The Lip Sensation. Im ersten Teil unserer Sendung haben wir Ihnen gezeigt, wie Sie diese Woche im Coop Restaurant verwöhnt werden. Wenn Sie sich trotzdem für das Sauberkochen entschieden haben, wäre da noch ein interessanter Vorschlag aus unserer Studioküche. Wer schon Ferien in Griechenland gemacht hat, sind Begriffe wie Tzatziki oder Soufflaki natürlich geläufig. Unsere heutigen Rezeptvorschläge machen aber auch wenn man sie noch nicht kennt viel Spass. Oder dann sogar erst recht. Tzatziki ist man gekühlt mit Brot und es geht ganz einfach. Gurken schellen, mit Rösti raffeln raffeln und wenig Salz darüber streuen. Wenn die Gurke etwas gezogen hat, schütten die Flüssigkeit und die Gurke leicht auspressen. Joghurt dazumischen, Knobelich dazupressen und mit Salz abschmücken. Fertig. Für die Soufflaki, die berühmten griechischen Spiesli, Schweinefleisch oder Lammfleisch in 2,5 cm grosse Würfel schneiden und auf Holzspiesli stecken. Mit einer Marinade aus Weisswein, Zitronensaft, Olivenöl, Pfeffer und verschiedenen Gewürze einstreichen und im Kühlschrank ein paar Stunden ziehen lassen. Dann die marinierten Spiesli in der Grillpfanne oder auf dem Holzkohlegrill 10-15 Minuten knusperig grillieren. Zu diesen Soufflaki gehört natürlich ein griechischer Salat aus Gurken, Peperoni, Tomaten, Zwiebelnring und Feta. Das Rezept für die griechischen Spezialitäten finden Sie wie immer in der Coop-Zeitung. Einen guten! Das Rezept war ein kleiner Vorgeschmack auf das, was Sie möglicherweise während Ihrer Sommerferien erwarten. Was Sie ab morgen in unseren Läden erwarten, das sehen Sie jetzt auf unserer Bildwand. Ein bunt weisse Spargel aus Spanien kostet z.B. nur 7,90 €. Und Frigorgaré von Gaillet gibt es für 6,30 €. Verschiedene Zahnpasten im Trio sind jetzt günstiger. 3 Tauben Dentagard gibt es z.B. für nur 7,20 €. Ausserdem offerieren wir Ihnen diese Bratpfanne Euroguisin mit Silverstone-Beschichtung für nur 12,90 €. Wegen einem Staubsauger oder einem Kühlschrank macht man heute kein Büro mehr auf. Die Haushalthilfen sind längst zur Selbstverständlichkeit geworden. Wie das vor 40 Jahren ausgesehen hat, das zeigen wir Ihnen im nächsten Coop-Studio. Bis dann also auf Wiedersehen. , bis dann! Ciao! Jetzt Got Getschmarker Vielen Dank.